Wunderschönen guten Mittag, Leute! Mein Name ist Marius, ich bin euer Guide. Heute wir sind in Stockach. Kommt einfach mal mit, jetzt geht's schon los. Wir laufen gerade eine sehr, sehr steile Straße hoch. Oder sind gerade eine sehr steile Straße hochgelaufen. Heute sind wir Schweizer Feiertage. Ja, direkt daneben ist diese wunderschöne Jugendliche, auf der wir spielen werden. Marius, wo gehen wir jetzt hin? Zu Meierheim. An dieser Stelle viele liebe Grüße an Fabian Henschke. Ja, ich hab mir einen Neuwagen zugelegt. Mama, der Corsa, ist jetzt leider nicht mehr da. Aber ich glaub, das Auto ist auch ganz cool. Später. Was soll ich probieren? Stockach ist schön, ich freu mich später zu spielen. Wir müssen nur noch gucken, wo wir das Auto bekommen fahren. Aber es ist mega Wetter. Es ist voll warm. Es wird voll heiß auf der Linie, glaub ich. Aber ich freu mich auf euch. Kommt vorbei. B Hook. Sie側 mich. Dann Ciao. Sieclas, Main announcing. Sie kostenlos. Sie kostenlos. Sie kostenlos. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018